No Full Metal Golem, für meinen Geschmack die schwerste Quest hier auf der ganzen Map. Dafür müssen wir hier ein paar von diesen Golems halt platt machen und hoffen, dass wir keine anderen Golems pullen. So wie diese da. Oder den da. Wenn ihr einen habt, kommen wir schön aus dem AOE raus. Alles gebrochen, dann müssen wir es einmal ab. So. Stellen wir es mal hier so ein bisschen hin, warten bis wir abgeklungen sind. Wenn ihr den besiegt habt, bohren hier diese kleinen Hoshis auch noch mit zu. Das sind drei Stück, die müsst ihr dann auch noch leider bekämpfen. Und dann noch den großen Onkel hier looten, weil das Teil von dem brauchen wir. Fangen wir mal an hier. So. 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 Ich habe ihn mit ihm geblieben. Ich habe ihn mit ihm geblieben. Schmuggeln uns hier aber echt lang. Das ist jetzt auch der letzte, den wir kämpfen müssen. Na los, kommt her. Dann booten wir den, hauen uns denn möglich die X-Taste rein. Und dann rennen wir jetzt einfach durch. Bis nach vorne, das geht auf Zeit, da müssen wir abgeliefert haben. Selbst wenn ihr die pullt, einfach weiter rennen hier. Bis zur Kiste, den Kranz hier reinpacken. Und fertig sind wir. Tschüssi.